was geht bros my friends und herzlich willkommen wieder bei einer neuen folge von random roulette euer tamo wamo tv wieder am start und ja wir befinden uns wieder bei call of duty modern warfare beta und diesmal mit der normen ritter edition ja mann ey wenn euch die karen ritter folge davor auf jeden fall gefallen hat dann würde ich sagen schlägert mal kurz den like button und ich mich ganz gemütlich abonnieren alter und jetzt befinden uns befinden wir uns jetzt bei der normen ritter edition und ich würde sagen ich zähle euch einfach mal auf was ich alles habe und was nicht aber scheiße man das war auf jeden fall die falsche ding alter es ist einfach gar nix da alter los geht's alter random roulette wir gucken mal welche hohen fischer wir wieder begegnen alter können sie müssten mal einen camping modus erstellen ja man hey yo what up man shut your fucking mouth man you peach man your mother will lick in my head of a penis you know what i mean man you you becoming one with the knipple with the knipple mon nick du kichs knuble in your hat man du kichs knuble in your hat man bruder you are barbel man i'll fuck you up man Du Hurensohn. Die haben das hier mit Battles zu tun, die mir einen Knüppel am Kopf bringen. Du Schwuchtel. No, Norman Ritter, du Schwanz. Nein, nein, nein. Mein Fisch, mein Fisch, du kennst, Norman Ritter. Meine Fische darf ich nicht bereiten. Ich kann meine Fisch. Der Schwuchtel, Alter. Will ich einen mit der Knüppel oder wieder was? Reiß mit die Fisch, Alter. Goethe, Goethe ist hier am Start, Alter. Representen. Halt einfach dein Maul, Alter. Das lenkt mich ab, Alter. Have a word. Have a word. Digga. Fick mal. My man. We're in, man. Oh, scheiße, das ist ein Kollege, Alter. Das ist ein Kollege, Alter. Das ist ein Kollege, Alter. Tschüss. Digga, wir suchen jetzt kurz die Bärbel, Alter. Und wie heißt der andere Bruder, Alter? ich muss mal kurz abchecken der willi alter ja man es kriegt die bär wie einer vom rück und dann der willi ich hab mal kurz einen gesehen aber der hat sich kurz versteckt alter scheiße man dann habe ich mal kurz übersehen norman ritter edition man mal wieder ob der das ist der größte schwanz auf erden erstens der wo camp und dann der andere wo einfach seinen fans irgendwie so laut gemacht hat und ich habe meinen es schon wie so ein huernsohn und er redet nicht meint er denkt er kann mich irgendwie die ärgern damit aber nein bruder wir befinden uns hier in könnten alle east side germany you know what it is man we are nazi ich bin das wort nicht aussprich man am ende gestreckt ich bin wieder auf stoff stoff und er nennt sich schafften wir das 94 58 mal kurz stabile ratings tun ihr mal die leute zum kollabieren bringen aber wenn ich mein knüppel raushol dann kriegt ihr nach der bergung nach dem video da hat einer krasse respekt und johäter land sie wir haben es abgelöst man ja man sieht ja ich muss man glauben ist aber vier kills auf jeden fall am endeffekt kann ich eigentlich nur sagen schau doch dann willi und bergung digga in der reihenfolge erst hat willi eine gekriegt aller und dann die bärbel alle der video ja mann und was bleibt den gegnern am ende übrig es ist gar nichts da hey willsch eine mit dem knüppel oder wat auf your head oder wat willsch eine aber erst krieg die bäbel eine und dann kriegst du eine mit dem knüppel okay ihr drecks internationalen Arschia was ist das für eine neue version von Arsch oder was effort die orden haben wir die die oder die die Bohohohohoho. Welchen Land hast du in von? Charlie, Herr Lorde! Wer sind die Kranaten? Roma. Roma! Jaffieren! Bussi! Ich brauche meine Bussi. Überraschend! Arscher? Hey Salam! Was! Was hatte ich vor der Kieder? Salam! Salam! Was ist Salam! Salam! Salami! Brot! Salami Brot! Äh, Frustlut! Melko! Melko! Ich brauche Verstärkung bei Bravo! Ey! Alter, was ist das für eine Sprache, Alter? Ey, du Arsch! Scheiße! Und, Digga, wir legen uns hier mal kurz auf dem Boden, Alter. Und, ich würde mal sagen, was machen wir mit Ausländern, die, wie die Sprache nicht erkennen, Alter? Die schlagen wir mit dem Knüppel, oder? Das gibt eine Anzeige. Aus mit den Fieschen! Bravo! Bravo! Pussy Destroyer! Du zerstörst deinen eigenen Fienis, Mann, mit der Hand, oder was? Ja, mach mal lieber aus, Alter. Dein Vater ist mal kurz im Hintergrund, Alter. Ist genug ungearscht! Tschüss! Mann, man kriegt hier live die Erziehungsmaßnahmen, Alter. Mann! Da war einer. Wir haben zwei Ziele! Ja! Vorredigung! Schmuchtel! Ey! Bussi! Mach dein verfickte Mikrofon aus, Mann! Mikrofon out! Arschkopf! Digga, welcher... Hurenviech nennt sich Arschjahr langer. Da ist mal kurz was bei der Erziehung falsch gelaufen, Alter. Die Eltern sind mal kurz kollabiert, Alter, während er auf der Welt gekommen ist. Oh, shit, man! He looks like a Arsch! Let's call him Arschjahr! Ist ja nicht so... Ist ja nicht so, als ob der Name noch weiblich dazu wäre, weiß ich. Ist er ein weiblicher Arschjahr, oder was? Was haben wir jetzt? Drei Kills, oder? Let's go. Weiter geht's. So, man, ich mach... Ich mach jetzt einfach mal kurz Konzentration. Eration, man. Schatta! 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 Schwuchtel! Lick mein Peen, Mann! Don't move! Schatta! Hey! Schatta! Salami, Brot, Mann! Behind it! Can you give me your Dohani, Mann? I want to smoke something, Mann! I like you! I'm reporting! Andry Boudry! Du schmuchte! Which country? Which country? Immer noch! Tell me! Tell me! Du kleine Pisser! I am Irani! Iran! Ah, Irani! Kosh Gil! Ah! Ich versteh nix, Mann! Mein Iranisches bad! Ich versteh nix, Mann! Ich versteh nix, Mann! Diggi, ich versteh nix, Mann! Ich versteh nix, Mann! Hör nix, Mann! Ich versteh nix, Mann! Was ist nix, Mann! Die, ist echt übelst komisch an der Sprache! Diggi, mir fällt nix ein auf Iranisch! Wie, wie, wie? Wunderschön, Wunderschön! Ähm... Ja, keine Ahnung! Hat er dann Pussy Destroyer gegoogelt, oder was, wenn er kein Englisch kann, oder was? Ah, f*** mich. Schon wieder ist das Eroberungs-Kart, Alter. Wie schaffen die Kids dort eine PS4 zu kaufen, Alter? Beziehungsweise sogar Call of Duty 4 zu bestellen, Mann. Iranian Money, oder was? Arab Money. Hey, in Germany, Arshia is a woman ass. Du weißt wo? Krieg ich einen mit dem Knüppel, Alter? Wenn du einmal nach Köthen kommst, Alter? Bring ich mir erstmal meine Fische? Ach, hier ist ja. Hey, mein Ame ist heute auf jeden Fall am Arsch. Mein Ame ist Arshia heute. Definitiv, Alter. Was ist das jetzt hier für, ähm... Ja, komm, den haben wir noch. Wir halten alle Ziele. Arshia. Das ist geil, michig, geil, gedädi. Das hat ich gerade iranisch an Geld? Nein, glaube ich nicht, Alter. Davor kriegt er mal der Willi erstmal in die Halle, und dann auch die Babel. Und dann bist du, Bruder. Dann bist du, Bruder. Okay. Weil wir befinden uns hier bei Random Rule. Und der eine Uhr und der hat mich gerade versucht, von meinem Team mich abzuballern. No camping. No camping. Man, was raffen die daran, Nett, ey. Let's go, man. Let's go. Oh, Alter, ist es. Shit, Mann. Iran wurde mal kurz zerbombt, Alter. Scheiße. Iran. Persia. Ja, bravo. Luzifer. Luzifer. Komm. Oh, den haben wir noch gekriegt, Alter. Luzifer, zeig mir deine Flammen. Moment, knüppel, Alter. Das gibt mir eine Ansehe. Kopfschuss. Tschüss. Digga. Arshia. Was ist Arshia? Was ist das Arshia? Wer ist mit der Nagel? Arshia. Ver- Verstehen die mich jetzt? Arshia. Erziehung. Erziehung. E-Social. A-Social. Das ist alles so schwul, Anna, was die da reden. Iran nichts. Komm. Eigentlich. Oh, was geht hier, Mann? Bataillon oder was? Ha-Wap, Digga. Ich kann nichts sehen wegen dir. Ja, ich kann nichts sehen, Mann. Verbündete Drohne. Feindliche Drohne über oben. Den haben wir. Achia. Achia, du Pussy. Ey, da mir. Digga, die sind Leute, Mann. Aber die reden nicht, Alter. Verbündete Drohne. Man, cross record, Mann. Oh, wir sind gewinnen, Mann. Achia, galen, deine Hurennippe. Meine Nippe sind achia. Warum reden die nur drei Wörter, Alter? Und der Rest hört sich an wie so, als ob die mal kurz die Stimmbäder kollabieren würden, Alter. Ey, Bros. Und der Rest hört sich an wie so, Pitch Alter, ich kann die Scheiß nicht mehr Was ist mit den Ranern los, Alter Fickt euch Okay, Jungs, das war's, Digga Oh, shit, Mann Ey, wenn es euch gefallen, halt, Mann Die Ritter Editions, Mann Und ich werde die auch weiterführen Ihr wisst ganz genau, was ihr zu tun habt Ganz gemütlich Mein Kanal abonnieren Und schlägert mal mit dem Knüppel Alla kurz den Like-Button vom Video Und checkt meine anderen Videos genauso aus Und tut das genauso Und bis dahin, Bros Much Love, Alla